In der nächsten Episode von Softwarearchitektur im Stream geht es um Modularisierung. Gerade mit Microservices stellt sich wieder die Frage, wie modularisieren wir eigentlich Systeme? Deswegen wollen wir auf einige klassische Paper gucken, zum Beispiel von Panas, und schauen, was wir aus diesen klassischen Ideen für moderne Softwarearchitekturen ableiten können. Ich freue mich auf eure Teilnahme und auf viele Fragen und Diskussionen. Bis Freitag!